Meine Damen und Herren, wenn jetzt außer mir heute Abend noch eine andere Katastrophe passieren sollte, dann haben wir vorgesorgt. Ich habe nämlich solche Tafeln an die ganzen Ausgänge aufgestellt und damit haben wir jeden Ausgang zum Notausgang erklärt. Ich nehme meine Zuschauer auf der linken Seite. Damit meine ich jetzt nicht nur die Zuschauer, die vorne links sitzen, sondern auch die Zuschauer, die hinten links sitzen. Sie benutzen nachher den Notausgang auf der linken Seite. Soweit verstanden, ja? Ja, das waren drei Stück. Und die anderen auch. Was anderes ist natürlich für die Zuschauer auf der rechten Seite. Damit meine ich jetzt nicht nur die Zuschauer, die vorne rechts sitzen, sondern auch sicher als ganz hinten. Sie benutzen nachher den Notausgang auf der rechten Seite. Auch soweit verstanden, ja? Ja, ja. Oder war ein Schwung? Ja, gut. Aber zur Sicherheit, den kaputieren, den kaputieren, also wiederholen wir nochmal, ja? Also die Zuschauer auf der linken Seite benutzen wir den Notausgang auf der linken Seite, die Zuschauer auf der rechten Seite benutzen wir den Notausgang auf der rechten Seite, Sie an den mittleren Tisch müssten sitzen bleiben, ja? Bloß nicht aufstehen, sonst entsteht nämlich eine Panik, die Zuschauer von links laufen auf die Zuschauer von rechts, die Zuschauer von rechts laufen auf die Zuschauer von links, also bloß nicht aufstehen, einfach nur sitzen bleiben. Weil, ähm, wir sind ja auch auf das Haar, und wenn das hier nachher ganz, ganz schön werden sollte, legen Sie nicht selber Hand an, sondern warten auf das Eintritt der Feuerwehr. Okay? Okay. Ich danke Ihnen für dieses Geräusch. Danke.